Ich glaube, jetzt versuche ich es nochmal, da ist wieder das Zeichen, weil er gerade irgendwie beschäftigt war, der Idiot, der Omega. Also jetzt fahre ich wieder auf den direkten Weg, mit dem, ähm, Wegmeister dahin. So, jetzt, muss ich das zeigen, das sah gut aus. Also ich sag euch mal meine Lieblingsseite, mein GTA 5 mal so nebenbei, bei GTA Online und bei GTA Stardews. So, einmal das Santos Radio, dann iFruit, also iFruit haben wir noch im Angebot und Noten Stop. Genau, das sind die drei guten Radiosetter und halt noch da, wo die, ähm, Remix, da wo man halt irgendwelche DJ hört, oder so, Remix. Oder, Club, da sind halt unterschiedliche dabei. Also, wenn, was ist denn euer Lieblingsseite in GTA 5? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal interessieren. Und wenn ihr noch mehr von meinen Fragen hören möchtet, könnt ihr ja auch für mehr Videos einen Kommentar oder einen Abo hinterlassen oder ein Like. Dass es dann mehr Leuten Spaß macht, meine Videos anzuschauen. Genau. Also, wenn ihr nochmal verstehen möchtet, wie mein YouTube-Kanal heißt, einmal, ähm, PS-Focker, Freizeitgestalter, wenn ihr das zum Beispiel, ähm, nicht versteht, was ich da schreibe, geschrieben hab, bei meinem, ähm, YouTube-Kanal. Also, der heißt, ähm, wie ihr sagen soll, PS-Zocker und dann noch Freizeitbinder-Gestalter, genau. Also, Freizeitgestalter, PS-Zocker, also ich so Playstation-Spiel, Stream machen und so. Und dann meine Freizeit halt mit so, wie ich gerade gestalten, genau. Wie viele Minuten? Haben wir schon zwei Minuten? Jetzt gehe ich nochmal zu den Idioten, Omega, von dem ich da die Trophäe begonne. Schauen wir mal, ähm, jetzt hier. Ich bin ja gleich da. Ich fahr grad hier. Ah, jetzt, 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 jetzt ist gleich der Augenblick, jetzt kommt gleich die Trophäe. Auf die, wo wir gewartet haben, hat die Waffe weg. Dann ist das nicht gut. Da, genau, das ist der Augenblick, jetzt kommt die Trophäe. Da. Jetzt seht ihr das mal. Da, mein Auto krieg ich noch. Jetzt seht ihr mal das Film. Wie ihr das jetzt sieht. Gleich kommt die Trophäe und dann krieg ich das Auto noch dazu. Das krieg ich dann in ein Ding. Parkversteck von mir. Jetzt kommt gleich die Trophäe. Das. Das sind 50 untereinander. Da braucht ihr das. Die Anzahl. Da ist der Trophäe. Genau. Die Trophäe mit dem Alien. Jenseits der Sterne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo hinterher da und einen Kommentar zu dem, was ich wollte, was euer Lieblingssender in GTA 5 ist. Und, ähm, das, was ich noch gesagt habe, beim YouTube-Kanal, wenn man das falsch versteht, PS-Zocker-Freizeitgestalter mit Bindestich. Also, lass ein Abo da und like das Video und einen Kommentar da lassen. Also, auf Wiedersehen.